Hast du gestern gesehen, ein aktuelles Sportling mit den Müller-Nieren, da war die Kerber, Tennis. Zwei Wochen durchgefeiert, Australien-Grenz-Slam-Ding. Aber da hast du noch mal gesehen, wie gewinnt die 2-1 gegen diesen Mike Tyson. Das war, hätte ich nicht gedacht, dass die gewinnt gegen den. Und der hat ja mal mitte im Kampf, hat ja eben das Ohr weggebissen, glaub am Schiedsrichter. Und dann hat er noch gewonnen, glaub sieben, fünf im Taipräg oder? Die Kerber ist ja die erste deutsche Tennisspielerin seit Steffi Grafen. Habe ich auch nicht gewusst. Die Kerber ist ja die zweite Seite. Habe ich auch nicht gewusst. Warum ist die Frage? Das war, dass sie heute mehr in den. Für mich war es, dass sie es nicht geworden. Wir haben ihn auf die Karte gegeben.